Sascha hat auch noch was hochgeladen, der Ehrenbruder. Nicht lachen mal wieder, meine Freunde. Wir spielen wieder zusammen mit. Nicht lachen. Nicht rülpsen, nicht kacken, nicht lachen. Nicht rausgehen. Ganz wichtig bei Corona. Let's go. Heute ist endlich wieder soweit. Heute endlich eine neue Episode von Nicht lachen. Digga, ich kann Simons lachen. Wirklich, Leute. Simons lache gibt bei mir einfach böse Flashbacks. Wenn ich Simons lache höre, kriege ich direkt Gänsehaut, alles. Ich kriege Kopfkino. Ich denke direkt ans YouTube-Haus wieder vor mir. Es steht mit einem Schraubenschlüssel und einem erigierten Glied. Schreckliche Zeit, Mann. Wir haben wieder eure Clips zukommen lassen. Die Spielregeln sind wie jede Episode gleich. Ich schaue mir gleich eure Clips an. Ich darf währenddessen nicht lachen. Dasselbe gilt auch für euch daheim. Ich würde sagen, erster Clip. Let's go. Ach ja, falls ihr mal auf Toilette wollt. Hier ist das Gäste-WC. Ich will deine Ruhe haben, wenn die zu dir anwesend ist. Ich will deine... Oh. Ich muss eine Ruhe haben. Digga, das war Red und dieser... Wie heißt der Freund von Montag? Ich weiß es nicht. Das ist Smash hier. Wir bleiben drin, wir machen noch einen Spin. Da war gar nichts. Ey, wir haben nur noch 4 Euro. Ich soll euch meine nächste Monatsmiete zahlen. Wie willst du mein Gehalts? Mh, böse. No, Freund. Ich muss... Digga, das war auf jeden Fall ein knappes Ding an der Stelle. Ja, früher noch Jokes gemacht. Jetzt sind wir alle im selben Boot, oder? Ich muss schon sagen, die Niko-Memes zur Zeit zu Littmann. Die Lara, wenn Ali sagt, er kommt mit 7er. BMW. Ich weiß nicht, ob man so... Hygiene geht anders. Hallo. Jesus von Nazareth. Der Alman des Vertrauens. Ich bin der Alman des Vertrauens. Salam alaikum, Freunde. Ja, wala, geht's schüttem. Ja, svala, halalala. Salam alaikum, Maschallah, Freunde. HALA! Oh mein Gott. Junge. Junge, was, Alter? Ganz knappes Ding aber an der Stelle. Ganz knappes Ding aber. Das ist ein unglaublicher Fund. Alte Sprachmemos von Mark Gebauer, als er noch ein Kind war. Salam alaikum. Rahmetullah wa barakatuh, meine Freunde. Hier ist wieder Mark Gebauer. Perfekt. Schock-Gusel. Schock-Gusel. Ja, weiß ich nicht. Ist nicht lustig. Also, das dumm googeln, sehe ich da nicht mein Gesicht. Dumm. Dummer. Oh, doch. Also, ich hab jetzt mal selber dummer Streamer gegoogelt und ich muss zu Montes Verteidigung sagen. Oh. Oh. Papa Platte. Oh. 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 Da sind wir. Hier zwei. Da, Monte. Monte und ich. Das sind Monte und ich. Hallo, mein Name ist Buddy. Aber du kannst mich... ...anytime. Willst du mich boxen? Was? Willst du mich boxen? Komm her. Du bist her. Komm. Du bist her. Du bist her. Du bist her. Kurz die Ereignisse auf Madeira noch mal rekapitulieren an der Stelle. Ich messen Sie einmal. Du bist her. Komm her. Du bist her. Komm her. Du bist her. Du bist her. Ich wollte eigentlich auch bei Leroy reinschauen. Schauen wir uns Leroy morgen an. Ich hätte bei Leroy heute eigentlich noch reinschauen wollen. Aber es läuft ja nicht weg. Oh. Simon. Oha. Simon, der Ehrenbruder. war absolut grenzwertig unterwegs. Wie ein Zuschauer. Und ich hoffe auch, dass Tanzverbot die Raute einzuholen konnte. Woran denkst du, wenn du Corona hörst? Hi. Woran denkst du, wenn ich Corona sage? Ähm. Bier. Perfekt. Oben in der Süd. Oben in der Süd. Jetzt kommt Monte. Digga. Ist nicht so lustig. Ist leider nicht so lustig. Tut mir leid. Das ist geil. Ich liebe. Ich liebe einfach, wenn du die Arbeit mit der Hand erledigst. Es gibt nichts über einfach richtig geile, schwere, modulare Handjobs. Oh, Max, Alter. Nein. Scheiße, Mann. Max, warum? Warum? Warum ist Trimax so dumm? Und wieso findet Trimax nicht öfters in diesem Video statt, Sascha? Real talk, Alter. Trimax ist derjenige, der gesagt hat, das Lied ist von Stay High. Ah, nee. Ufo. Ah, nee. Von Stay High. Ufo. Oder? Stay High, Ufo. Stay High, Ufo. Ja, genau. Trimax? Das hier? Da, da ist es. Das ist von Ufo. Ja, da ist es, da ist es. Wie geil. Wie geil. Nee, von Stay High. Ufo. Ja, das ist geil. Ja. Egal. Oh, no. Ich bin rei. Ich bin rei. I bin rei. Hm, moin. Ei. Ich wohne wieder daheim. Auf geht's. Dein Name ist? Jasmin. Chris. Hi. Jasmin. Ich bin Chris. Ach so. Justin, er hat die paar Kid, die paar Tec nicht gesehen. Dieb. Ich sehe gar nichts. Oh, damn. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch die Clips gefallen haben, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Bitte sendet auch eure Clips wieder an diese E-Mail-Adresse hier. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruder basis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es wieder heißt. Montana Black. Montana Black. Memlui. Willi. Memo Stößchen. Se Reffe. Mensch im Adi. Ich heiße. Mensch im Adi. Ding im Odum. Ach, scheiße. Perfekt. Perfekt. Was steht in der Beschreibung? Fünnsten Sonntag, bla 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 bla. Äh, kann jemand Kevin die Löschen-Taste? Oh, damn Kevin. Und raus und hops und weg mit dir. Okay, ich ist richtig. égal Vielen Dank.